Hallo und willkommen zu diesem Video und meine Meinung zu Toll Love and Thunder. Erste Stellung in Deutschland im Kino ist am 06.07.2022 pro Stunde Studio, Marvel Studios, Disney Studios, Australia, Walt Disney Pictures. Einspielergebnis 7,2,645 Euro. Produktionskosten sind 30,86 Euro und Gewinn sind wieder 71,78 Euro. Kurz zur Story des Films. Gore der Gottbutsche hat, nachdem die Götter seine Tochter sterben lassen haben und beschlossen, alle Götter zu töten. Thor erfährt, dass New Asgard sein nächstes Ziel ist und muss ihn nun aufhalten. Und Shane Forster, Thors Ex-Frau, kommt zurück mit dem wieder reparierten Hammer Mönje von Thor als Mighty Thor. Nun zu meiner Meinung des Films. Der Film beginnt nicht mit Thor, sondern mit Gore und seiner Tochter. Die keine Nahrung und kein Wasser finden und deswegen die Götter um Hilfe bittet und seine Tochter stirbt. Das fand ich gut, denn so lernt man Gore gleich kennen und seine Motivation auch. Und Quark, der nochmals das Leben von Thor zusammenfasst, gefiel mir auch. Nur dass er sich über die zwei Loki-Tote lustig machte, fand ich nicht so gut. Denn für Thor waren das traurige Momente und keine lustigen Momente. Eine Szene verblüfft mich komplett. Thor fliegt auf Strümbrecher wie auf einem Besen. Ich meine, was soll das? Ja, Strümbrecher kann fliegen, aber eigentlich nur, wenn Thor ihn wirft. Und Strümbrecher ist kein Hexenbesen. Was soll der Quatsch? Und auch die Szene, wo er zwei Raumschiffe in einem Luftspagat auffällt, ist ebenfalls ziemlicher Blödsinn. Der Film macht sich weitere traurige Momente in Thors Leben lustig. Über den Infinity Gauntlem, nachdem man der Eisdiele benannt wurde, und Odins Tod, der in einer Theaterführung ausgeführt wird. Die Ziegen, die da und schreien, gingen mir ziemlich auf die Nerven. Eines frage ich mich auch. Warum hat Thor den Heimer aus Endgame nicht mehr, sondern nur noch Sturmbrecher? Auch ich fand gut, wie Quark die Beziehung von Thor und Shane erzählte, denn das hatten wir in den vorherigen Filmen nicht gesehen. Und wo ist eigentlich Gamora hin? Die ist ja in Endgame zurückgekehrt. Taucht aber in diesem Film nicht auf. Ich hoffe, das wird Guardians of the Galaxy 3 erklären. Mir gefällt auch nicht, dass es in so einer Szene aussieht, als tötet Zeus Quark. Doch er überlebt und aus Rache tötet Thor Zeus. Ich hätte es besser gefunden, wenn Quark gestorben wäre. Denn das macht die emotionalen Szene unnötig. Und jetzt bleibt ein Teil seines Gesichts übrig. Und so bleibt er in dem ganzen Film ein Gesicht. Ich fand es auch irgendwie sicherlich, dass Thor Schattenmonster von Kindern besiegt wurden, die nur die Kräfte von Thor haben. Quark ist ein ganz guter Schurke. Er ist ein ganz guter Schurke. Man versteht ihn, aber er ist nicht wirklich eine Bedrohung, denn er hat nicht wirklich eine Chance gegen Thor. Das Ende, wo Quark seine Tochter wieder sieht und Shane in den Armen von Thor stirbt, fand ich emotional gut. Nun hat Thor wirklich alles verloren, doch das scheint ihn nicht wirklich lang zu beschäftigen. Denn am Ende des Filmes ist er fröhlich und auch Quark's Tochter ist fröhlich, obwohl sie ihren Vater verloren hat. Der Film lässt die ganze in Ordnung. Er ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Mir gefällt es nicht, dass er sich über ernste Momente in Thor's Leben lustig macht. Mir gefällt aber der Schurke und das emotionale Ende. Und ich fand den Film witzig. Ich habe den Film auf Disney Plus geschaut und hatte meinen Spaß. Das war auch schon das Video meiner Meinung nach zu. Thor Love von Sante an. Danke fürs Zune. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.